Konrad, der Fahrradladen. Mit dem großen Herbstrundgang 2023 in der Hand hält Lucia das Model von Rayman. Genau, das Trailway E9.0, 160 mm, was wir momentan als Herbstaktion haben, wo normalerweise 5,3 kostet jetzt für 4,7,99, also ordentlich 500 Euro Abzug bei allen Rayman-Modellen. Also das ist ein, ich gucke mal gerade einen Fully, 4,7,99. Komm, wir gehen schnell rein, es regnet, wir sind in Kaiserslautern, Glockenstraße 4, bei einem der ältesten Fahrradhändler der Welt. Zumindest seid ihr schon über 30 Jahre, glaube ich, am Markt? Nächstes Jahr 30, genau. 30 Jahre, also einer der kann man ja ruhig sagen. Es gibt natürlich Fahrradhändler, die fahren schon 100 Jahre hinter sich. Und Ries und Müller Erlebnis-Store, was heißt das? Das heißt, dass wir so ziemlich das komplette Programm von Ries und Müller hier haben und auch fast von jeder Modellreihe ein Testbike da haben. Also grundsätzlich bei uns ist ja die Philosophie, ein Rad muss gefahren werden, bevor du es kaufst. Und wir gucken halt, dass wir bei Ries und Müller auch wirklich die ganze Buttonbreite so ein bisschen abbilden können. So, das sieht man hier. Du hast Fully's, die nicht aussehen wie Fully's. Viele verwenden die auch als Firmenfahrrad innerhalb von Betrieben, weil sie so robust sind. Das heißt, da können auch mehrere Leute sich einfacher teilen oder auf Betriebsgelände zum Beispiel. Ja, das sind auch so Bikes. Die sind so robust. Da kannst du auch wunderbar als Lieferdienst mitarbeiten. Also gerade die Lastenradabteilung von denen ist mittlerweile ziemlich breit. Also rechts von dir siehst du zum Beispiel so ein Kompaktlastenrad. In der Variante jetzt für Passagiere ausgelegt. Da können zwei Kits hinten drauf. Und mit sowas kannst du natürlich auch wunderbar Dinge ausfahren. Die sind so schwer, die kann man gar nicht klauen. Ja, klar. Du hast schon ein bisschen Gewicht. Also gerade bei den Lastenrädern, so bei den Longtails bist du schnell bei 30 Kilo. Und vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr. Und auch bei den normalen Bikes. Klar, es sind E-Bikes. 25 Kilo hast du immer. So, die haben einen GPS-Chip mit drin. Das heißt, wenn sie geklaut werden, man kann sie orten. Das ist eine Option? Genau. Also der RX-Chip, der ist optional bei Ries und Müller. Da hast du dann halt, wie du schon sagst, die GPS-Tracking. Und du hast auch eine App dazu, wo du deine Fahrdaten so ein bisschen einsehen kannst. Erstes Jahr ist momentan kostenlos. Danach ist es kostenpflichtig. So, die haben Fahrräder, die gar nicht mehr aussehen wie Ries und Müller. Hier ist Luciano mit dabei. Zieh es mal raus. 5.300 Euro. Das ist schon ein Paradigmenwechsel hier. Also das Fahrrad hier sieht so gar nicht mehr aus wie dieses kantige, die unverschlissenen Schweißnähte. All das hat man geändert. Also ein richtig schönes, in einem satanfarbenen Look. Das ist schon fast so rosé, so ein bisschen. Ja, ja, ja. So rosé-gold schon fast. Das ist die Urban-Reihe von Ries und Müller mit einem kleinen, sehr, sehr leichten Fazua-Motor. Ries und Müller hat tatsächlich das auch innerhalb vom eigenen Portfolio so ein bisschen abgegrenzt. Das siehst du schon vorne an dem Symbol. Das ist halt das Und von Ries und Müller, was jetzt bei der Urban-Reihe als Logo fungiert. Bei den klassischen Ries und Müller hast du das bekannte Logo. Also Ries und Müller merkt schon selbst, das ist nochmal eine ganz andere Schiene. Und deshalb halt auch so vom Logo her schon abgegrenzt. Aber ich glaube hier auf dem Land oder so, da kaufen die Leute auch lieber so diese kastigen oder fetten Dinger. Was sagst du? Ja, also es ist tatsächlich so, dass die am Anfang ziemlich gut gegangen sind, gerade bei dem olivfarbenen, bei den Männermodellen. Aber das Ding ist halt, die Leute wollen dann oft, auch wenn sie es nicht brauchen in der Stadt, einen CX oder so, einen Bosch-Motor, der stark ist, sagen dann aber, uh, das war teuer und das ist auch schwer. Und hier haben wir halt die Möglichkeit, das ist so in dem Bereich von 5.000 und ist halt auch wesentlich leichter. 20 Kilo und nicht 28. 20 Kilo, so da ist es. Es ist sehr, sehr schick. Also ich finde es toll, man muss es Probegefahren haben. Stell es mal zurück und nimm mal bitte das daneben, das Weiße, da können wir das auch mal zeigen. Denn das ist auch ein Klassiker, den wir haben. Das ist schon fast ein Kompaktrad, eine sehr kleine Rahmengröße oder bilde ich mir das nur ein? Ja, da haben wir wirklich die 43 Zentimeter Rahmengröße mit den 26 Zoll Laufrädern. So, wir gucken mal gerade, also 26 Zoll ist ja eigentlich ein Kinderfahrrad, aber ihr habt ja viele Leute, die sehr klein sind. Zum Beispiel hier kann ich das Rad fahren mit einer Körpergröße von zum Beispiel 1,50 Meter würde gehen. Ja, also mit der Sattelstütze brauchen wir wahrscheinlich schon 1,56 Meter. 1,50 Meter müsste man dann halt auf eine Sattelstütze umrüsten, die nicht gefedert ist, denke ich mal. Kommt natürlich immer auf die Innenbeinlänge an. Heißt aber auch, dass hier könnte zum Beispiel ein tolles Rad sein für, ich sage mal, eine junge Frau, die vielleicht 13 ist. Das Rad kann ordentlich mitwachsen, oder? Das Rad kann mit Sicherheit ein bisschen mitwachsen. Wir haben ja auch den höhenverstellbaren Vorbau vorne mit dran, wo wir halt Winkel und Höhe einstellen können. Dementsprechend ist da schon ein bisschen Spielraum mit drin. Ist tatsächlich absoluter Klassiker, das Nevo. Das Tiefeinstiegsrad von Ries und Müller wird von allen Damen sehr gerne gefahren und gekauft. Meine Mutter fährt es auch. Ja, die Mutter fährt es auch. Es hat nämlich einen Carbon-Rahmen, das besondere Riemen, Carbon-Rahmen in Carbon-Riemen. Und das ist nämlich die neue Carbon-Schweißtechnik. Siehst du hier vorne? Die sehen halt aus, diese Urbans, als wären das Carbon, ist aber ein leichtes Aluminiumbau, ist halt verschliffene Schweißnebel. Aber es hat einen Carbon-Riemen und es hat eine ganz tolle Schaltung, nämlich eine Inviolo. Das ist so eine stufenlose Schaltung, also kein Fett mehr an der Kette, keine schwarzen Hosen mehr. Richtig. Also wir gehen vielleicht mal zu dem Modell, das ist das gleiche Nevo, das ist auch ein Nevo. Hier ist noch eine interessante Schaltung. Noch kurz zu den Fazua-Modellen. Wer sagt halt, ich brauche ein leichtes Rad, mir war das aber die ganze Zeit bisher zu teuer, kann sich noch bei uns melden. Wir haben Tief, wir haben diesen Trapez und den Diamantrahmen und momentan so eine Herbstaktion, wo wir auch 500, 600 Euro Nachlass geben für diese leichten Modelle. Alles, was mit Fazua Ride 60 ist. Pro Rad. Pro Rad, genau. Okay. So, und bei dem, wo wir eigentlich hinwollten, haben wir mal das so ausgestattet beim Nevo mit einer Inviolo-Automatik, wo die Leute, das siehst du da unten an dem Kasten. Die Automatik, die muss nur noch treten. Nur noch treten. Stellst einmal die Frequenz ein, haben wir auch heute neu reingekriegt und dann fährst du einfach los. Automatik, das heißt, das hat gar keinen Hebel mehr zum Einstellen. Kein Drehgriff mehr. Und da ist halt der Klassiker. Ist das gut, die Automatik? Ja, so ist es halt für die Leute, die nicht schalten wollen, ganz praktisch, weil sie halt einfach sich nur noch aufs Fahren konzentrieren können. Und wo stelle ich das ein eigentlich, die Drittrücker? Stelle ich im Menü ein, genau. Im Menü vom Bosch-Motor? Genau, da stelle ich einfach ein, ob ich 70 oder 80 Umdrehungen pro Minute haben will. Ich habe gedacht, das geht nicht mehr, dass man das einstellen kann. Das haben die jetzt wieder integriert bei Bosch, oder wie? Dass der Motor redet mit dem Bosch-Display, oder wie? Kann auch sein, dass es automatisch einstellt. Wir haben das mit dem BEST 3 System noch nicht ausprobiert. Ich bin jetzt einfach vom BEST 2 aus. Das kam heute, oder wie, das Rad? Oder gestern, ja. Also es ist brandneu. Es ist brandneu, haben wir erst neu aufgebaut, genau. Und damit wir es wenigstens hier noch kurz zeigen können im Rundgang. Das müssen wir mal kurz erläutern. Wenn du mal gerade das Hinterrad mal anhebst, lieber Lucien oder Tobi, egal, und dann zeigen wir mal einfach, da ist nämlich eine dicke Namenschaltung drauf. Das ist aber keine typische Namenschaltung, sondern wie funktioniert das ungefähr, dieses Embiolo? Das ist ein fast stufenloses Planetengetriebe und hier halt dann automatisch angesteuert, wo dann halt wirklich diese Box, diese schwarze Box, die unten dran hängt, halt zur Schaltbox dazugehört, also mit der integriert ist und dann halt wirklich die Trittfrequenz hält. Da ist wahrscheinlich so ein Stellenmotor drin, der dann das macht, was du normal mit dem Griff machst. Das aber automatisch, das heißt, das merkt, wenn es schwerer wird und hält die Trittfrequenz, die kann ich einstellen, zum Beispiel, was ist eine Trittfrequenz? Eine gern genommene 30. Also gängig ist beim Trekkingbike irgendwas zwischen 70 und 80, das ist immer so, dass was bequem ist. Also einmal pro Sekunde eine Umdrehung. Ja, ungefähr, ja. Verstehe. So, was ist denn das hier, das Ding da, das sieht aus wie so Lakritze. Das ist eine Sattelstütze, die Can Creek Sandbuster, die ganz gerne von Resemüller verwendet wird. Die federt, oder? Die federt, genau, das ist ein Elastomer, wo das Gewicht nicht nur hoch und runter, also nicht nur vertikal, sondern auch horizontal abfedert. Das heißt, die ganzen Schläge in den Rücken werden hier ein bisschen abgemildert für Leute, die irgendwas mit dem Bandscheiben oder mit dem Nacken haben. Und das ist dann ganz angenehm, weil da ist ein Gummi-Elastomer drin, das kann ich nach dem Gewicht halt aussuchen. Und wenn ich schwerer bin, habe ich halt einen härteren Gummikern drin und wenn ich ein bisschen leichter bin, ein bisschen einen weicheren. So, was kostet der Bock hier? Der kostet mit ABS, mit allem Pipapo. Wie ABS? ABS hat das Ding natürlich auch. 6,598, also 6,6 ist eine Stange Geld, klar, aber hier ist das Beste vom Allerbesten verbaut in einem Tiefeinstieg. Motor, Bosch CX, dann Mbiolo Automatik. Ich habe hydraulische Scheibenbremsen mit ABS, das können wir mal zeigen, das ist was ganz Besonderes. Die Bremsanlage ist von, was haben wir hier verbaut, eine Magura? Magura. So, und die hat auch Bremslicht. Ja, das ist die MTC und die kommt so tatsächlich auch mit Bremslicht. Das sieht man hier, hier vorne ist das ABS mit drin, das ist dieses kleine Kästchen, was dahinter ist. Und das sorgt dafür, ich kann also auch wenn es regnet oder glatt ist, einfach voll durchziehen. Das hat natürlich Grenzen, aber wir haben es mal hier getestet auf der Straße, du kannst einfach bedenkenlos vollbremsen, oder? Einfach zumachen und alles andere regelt das ABS. Krass, und das ist natürlich bei den heutigen Bremskräften. Du weißt ja selber, wenn mal plötzlich gebremst werden muss und du hast da jetzt nicht die super Bremserfahrung mit allen Rundern, was tun die Leute? Ja, machst du halt einfach zu und wenn du das bei der Vorderbremse machst, dann steigst du halt über den Lenker ab. Dann steigst du über den Lenker ab, weil die Bremse ist so performant, dass wenn du zumachst, dann fliegst du über das Vorderrad und das kann dir nicht passieren. Genau, das kann mit dem ABS nicht mehr passieren. Also wir haben es wirklich versucht zu forcieren, wir haben es nicht geschafft. Also wir haben uns dazu auch einen Test vor der Tür mal gemacht. Mit welchem Rad war das eigentlich letztes Mal, das ABS? Ich glaube, da sind wir das Charger gefahren und ich glaube auch ein Nevo. Krass, also bei Ries und Müller kriege ich alle Räder mit ABS? So ziemlich, ja, also die gängigsten auf jeden Fall. Aber nicht die 20 Zoll, oder? Die noch nicht, nee. Okay, so. Warte, warte, man kann ich nicht hören, jetzt? Wir haben ja das besagte Charger 4, das haben wir jetzt hier mal ohne ABS, das haben wir aber auch mit ABS da und das ist halt so dieser Klassiker, dieses Trekkingrad. Das ist auch die klassische Ries und Müller Farbe auch, das Blau da mit dem Rot, da gab es ja noch so ein komisches Rot. Das Chili Matt, das haben die jetzt im Zuge dessen, dass sie jetzt das Delight 4, was wir ja auch schon bei dir auf dem Kanal gedreht haben, haben sie dann gegen das Tundra Gray und das Urban Gray. Das was? Nee, nicht so nur schön, das Tundra Gray und das Urban Gray ausgetauscht, das heißt Grau und so ein pastellisches Grün, Matt, also Chili Matt gibt es jetzt nicht mehr. Also das ist, glaube ich, das Chili Matt da auf dem Bild, gell? Also das ist interessant mit den Farben, also viele würden sagen Rot, aber Chili klingt ja schon nach leuchtend Rot, so kann man sagen, oder? Ja, also ich bin da auch so ein bisschen, ich merke mir die Farben fast nie und sage einfaches Grau ist Rot. So, und das ist was für eine Farbe für dich? Das ist das Wort Silber. Champagner. Oh, da kommen die uns gerade, wir sind in Kaiserslautern, hier kommt wieder eine Transportmaschine von der Airbase, also hier im Sekundentakt fast runter. Und das ist was hier für eine Farbe? Das ist das Silber, das Super Delight, was wir jetzt noch, also das wird übrigens auch durchlaufen, weil viele Leute sagen, ja, würde es das Super Delight noch geben, weil es ja jetzt das Delight 4 da ist. Haben wir momentan auch im Angebot für 9,5 und das ist halt noch ein Rad, was weiterläuft. Und auch nicht irgendwie, also es wird auch 24 weiterlaufen, weil beim Delight hat man 750 und hier hat man ja mit dem Doppelakku 1125 mit Rohloff. Rohloff wird es, als viele Leute fragen, beim Delight 4 ab Januar geben. Jetzt haben manche gesagt, ja, aber manche Händler haben es ja schon im Dezember. Ja, es kommt KW 51, 52, da sind die meisten Händler im Urlaub oder haben es noch nicht bekommen, weil das wird dort produziert. Das heißt, man kann irgendwann im 24 mit dem Delight 4 rechnen, wo man sich natürlich mit der Rohloff um den Power More Range Extender auf 1000 Wattstunden hochpushen kann. Aber hier so mit 1000, fast 1200 Wattstunden geht nur beim Delight, Super Delight, was es noch immer geben wird. Du kannst aber verstehen, dass nicht jeder jetzt verstanden hat, was du gesagt hast, oder? Also wenn du das mal gerade übersetzt, hat 1024 gesagt, was ist das? Da habe ich gerade länger. Akkukapazität. 1024? Hast du 1024? 1125 gesagt. 1125 Wattstunden. Was ist denn normal bei so einem E-Bike? Was hat denn ein normales E-Bike? Früher war normal 4,500, dann kamen die 600, die die großen Akkus waren, dann war halt der 500er schon der mittlere oder der kleine und dann kam 750er und jetzt ist der 600er der mittlere und der 500er der kleinen. Und der da hat jetzt 1125? Richtig. Krass, 1125 Wattstunden. Das heißt, der wird nie wieder leer. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man den an einem Tag leer kriegen soll, weil ich bin jetzt auch im Urlaub mit dem 750er Enduro mal rumgefahren. Und das haben wir an einer, also wirklich, wir haben einmal über 2.100 Höhenmeter gefahren, über 70 Kilometer, haben wirklich jede Steigung mitgeholt. Turbo, immer? Nein. Tour Plus, mit Klicks gefahren, auch wirklich viel. Tour Plus heißt der Modus, gell? Das ist quasi der. Unter dem Turbo. Unter dem MTB und über dem Eko, aber auch viel Eko gefahren. Und was war noch drin anschließend im Akku? 10, 15 Prozent. Und normalerweise, aber sowas fährt ja keiner, 2.500 Höhenmeter, 70, 80 Kilometer am Tag. Weil das ist, Höhenmeter ist es ja unheimlich viel, 2.500 Höhenmeter. Also, wenn ihr Fragen habt, also jetzt nicht alles verstanden habt und so weiter, geht es zum Riesel Müller Händler des Vertrauens. Allerdings muss man sagen, man muss sich vorbilden. Es gibt so eine Art Kurs, den man machen muss mit 200 Fachbegriffen. Und was ist denn, wenn ich mich nicht so gut auskenne? Werde ich da nach Hause geschickt? Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, nicht nur einen supercoolen Werkstatt-Service, sondern auch eine Beratung, die halt über das Übliche hinausgeht. Das heißt, wir hauen da jetzt nicht nur die oberflächlichen Facts durch, die ihr über die Videos eh konsumieren könnt, sondern wir gehen detailliert in die Bedarfsanalyse, vermessen die Leute, zeigen den Leuten, was sie wirklich brauchen und nicht das, was sie denken, was sie brauchen. Also nicht jede Frau mit 50 Kilo braucht 750 Wattstunden. Also ich fliege hier raus. Wenn ich sage, wenn ich ganz genau weiß, was ich will, dann kriege ich doch was anderes. Nee. Dann kriege ich das, was ich will. Der Kunde entscheidet, was er will. Wenn er sagt, ich will das, dann kriege ich das. So, da vorne, darf ich mal zeigen, du bist Fox-Mitarbeiter, kann man das so sehen? Nee, eigentlich von hier. Aber du hast ein geiles Shirt an. Bist du aus der Werkstatt auch, oder? Nee, ich bin tatsächlich nur aus dem Verkauf. Du fährst selber Mountainbike? Ich fahre Mountainbike, ja. Sag mal, mit der Beratung, die Jungs, die werfen hier die Fachbegriffe. Also hast du mitbekommen, L25, Bosch, Rohloff, CX, 5, 34 mit 35 Grad Steigung. Es gibt aber Leute, die haben keine Ahnung. Und die wollen trotzdem so ein schönes Rad haben, oder? Ja, das sind auch beteiligt, mir zumindest die liebsten Kunden, wenn die absolut keine Ahnung haben. Weil dann kannst du dich noch vernünftig mit denen über die Sachen unterhalten. Das heißt, du kannst dir nochmal Sachen zeigen. Es gibt ganz viele Leute, die kommen rein. Ich brauche unbedingt einen Bosch. Ich fahre zum Beispiel gerade Shimano. Ich sage dann, probiere doch mal einen Shimano oder einen Yamaha aus. Die sollen einfach mal vorbeikommen. Mal testen. Sag schon, dein Name? Daniel. Daniel. So, und das ist der, der für euch die Videos macht. Unter anderem, stimmt das? Ja. Daniel macht die Videos. So, und das ist sonst. Nee, nicht unsere Videos. Der macht selber so ein bisschen. Macht selber so ein bisschen. Also. Hast du einen YouTube-Kanal? Ja. Wie heißt der? Noswarak. Was bitte? N-O-S-V-A-R-R-A-C. Noswarak. Nos mit V. Ja. Noswarak. Wie kommst du denn auf den Namen? Ach du, den habe ich schon ewig kalt, seit über zehn Jahren. Der alte, gute Noswarak. Ja, okay. Also geht mal auf den Kanal drauf. Vielleicht schreiben wir es auch nochmal rein. Das sind spezielle Angebote. Du sollst ein Äh sagen, wenn das Angebot kommt. Das ist stark reduziert. Ein Malaguti Superiore Limited für, statt für sechs, vier, für fünf, vier. Tausend Euro weniger. Genau. Das ist ein Vorführer. Das hat ein bisschen ein paar Kilometer drauf. Net vier. Also ist noch im dreistelligen Bereich. Und das Rad kostet normalerweise knapp sechseinhalb. Hat XT, hat Vollfox, auch Factory. Guckt euch mal an, was das für ein Fahrwerk hat. Und das könnt ihr momentan wirklich für einen guten Kurs kriegen. Ist jetzt natürlich nicht mit der Lampe und mit den Reverse-Pedalen. Achso, die schraubst du vorher ab? Nee, da können wir drüber reden. Aber wie gesagt, das Rad ist ja schon sehr... Zieh es mal raus. Das wollen wir sehen. Wer hat das gefahren eigentlich von euch? Ja, es hat Lycian gefahren. Achso, das war dein Fahrrad, oder wie? Ja, wir testen jetzt hier durch. Du hast es aber ein bisschen gepimpt, oder? Eigentlich. Nee, ich habe es auch noch gar nicht richtig... Nee, was heißt gepimpt? Hinten der Fender war schon drauf, oder? Ja, nee, doch. Stimmt, da hast du recht. Den hat die Werkstatt drauf gemacht, damit das nicht zugespritzt wird. Was ich halt bei dem Rad richtig cool fand, ist oder finde, es hat so geile Bremsen und Schaltungen, weil XT halt. Und das ist einfach... Guck dir mal die Bremsscheiben an. Also das war damals, oder letztes Jahr, ist ja dieses Jahr auch noch angeboten worden. Also ich fasse mal zusammen. BES 3, Bosch Performance CX, Kiox Display. Die Lupine, darüber können wir reden, weil die kostet allein schon ein paar hundert Euro, oder? 400 kostet die und die muss ja auch noch eingebaut werden. Also das ist schon nochmal ein richtiger Wert. Also kann man darüber reden. Und also Smart System mit drin. Dann Akku 725. Nee, 625. Äh, äh, 750 meinte ich. Aber 625. Und hinten, was ist da für ein Dämpfer? Auch ein Fox-Dämpfer. Und da ist halt auch mit dem Kashima-Coding, also wirklich der DPX2, also mit dem Ausgleichsbehälter, mit dem Ding, also den kann man nicht ans Limit bringen. Den kann man nicht ans Limit bringen. Dann bin ich mal sehr gespannt, ob das so ist. Denn das Ganze, ich sag mal, haben wir bereits in einem Video gezeigt. Also das Fahrzeug hier ist ja jetzt kein neues Fahrzeug für alle, die hier auf dem Kanal unterwegs sind. Die können dann das Ganze dann nochmal in einem extra Video anschauen. Das ganze Fahrrad haben wir nämlich komplett gezeigt. Da sind die Pedale, darüber kann man auch reden, oder? Ja. Aber cool, dass du dich noch erinnern kannst, weil das war das zweite Rad, was wir jemals mit dir gedreht haben. Vorher war ja das Supercharger. Gut, ich bin zwar senil, aber noch nicht ganz. Also ein bisschen ist noch übrig geblieben. Wäre witzig sogar, wenn das das zweite Rad gewesen wäre, wo wir zusammen damals angefangen haben. Alter von dem Rad? Ein Jahr ungefähr? Elf Monate, ja genau. Elf Monate, also das ist so. Also wenn ihr es haben möchtet, mit der Vollausstattung 5,399, Garantie kriege ich auch noch? Ja, klar. Volle Garantie? Okay, zwei Jahre. Aber wer ein bisschen weniger ausgeben will, Tobi sein altes, 4,199 anstelle 5,1. Das weiße. Das weiße, ja. Okay, das weiße Rad 4,199. Das ist aber auch vom Zustand her ein bisschen besser, muss ich sagen, Tobi. Ja, also ich habe es zwar ein bisschen geschrubbt, aber die Teile, die durch waren, habe ich auch alle ausgetauscht. Also der Reifen, den hast du schon gewechselt, sehe ich hinten. Das ist alles drin. Ihr habt viele günstige Fahrräder, wir können die ja mal zeigen. Hier haben wir zum Beispiel ein Einstiegsmodell. Rayman Hardray E 5.0 für 2.599 Euro. Das ist ein Hardtail. Genau, das ist dieses Pistazienfarben und dieses Blaumatte. Ich weiß nicht, warum die jetzt getrennt voneinander stehen. Normal stehen die nebeneinander. Aber die kosten nochmal 3,2 für 2,6. 6,30er Akku und der zweitstärkste Yamaha-Motor mit 70 Newtonmeter. Also das Ding ist wirklich gerade so in den mittleren Größen absoluter Kassenschlager. Und dieses Olivene da kostet momentan 2,2, was nochmal 2,9 kostet. Was da für ein Motor drin? Da ist der ST, meine ich, Truff mit 60. Yamaha. Genau, Yamaha mit 500er Akku. Passt und hier, das ist in Rot genau das gleiche Modell. Ich habe gedacht, ihr wärt so schweineteuer, aber ihr habt sehr, sehr günstige Angebote auch. Ja, wir haben uns jetzt wirklich auf die Fahne geschrieben, nochmal günstiger überall. Also auch, wir haben immer schon für drei was angeboten gehabt, Einstieg. Aber jetzt 2,3 ist schon gut. 2,2 sogar. 2,2. Also für 2,200 Euro kriege ich ein Marken-E-Bike bei euch, ein Mountainbike. Mountainbike wird es, ja. Und wenn halt Leute sagen, ich habe das da Rad gefunden, habe es aber irgendwo günstiger auch gefunden. Wir können immer darüber reden, aber ihr müsst immer Gleiche mit Gleichem vergleichen. Weil wenn es irgendwo in Ostdeutschland oder sonst wo ein XL für so und so viel günstiger gab, es geht immer darum, was bei uns in der Nähe ist. Und wenn das die gleiche Größe ist, dann können wir darüber reden. Also muss schon die gleiche Straße sein, auch in der Glockenstraße. Nee, das muss irgendwie schon im wenigsten im gleichen Bundesland sein. Mannheim zum Beispiel, würde gehen. Ja, wenn irgendwas im Umkreis von 50, 70, 80, 100 Kilometer ist und wenn es auch die gleiche Größe ist. Weil manche Randgrößen, natürlich werden die günstiger angeboten, weil es nicht so gut geht. Nicht hier diskriminieren, ja. Bloß, weil ich XL fahre. Ich meine jetzt quasi die XS oder XXS. Randgrößen. Hast du das gehört, Tobi? Ja, es ist halt wirklich so. Gerade wenn die Saison endet und man wieder so ein bisschen das Lager freikriegen will. Weil je extremer die Größen sind, desto eher ist da mal ein Angebot drin. Also kann ich einen schönen Schnapper bei euch machen jetzt im Herbst? Also bisher war es ja immer so, Räder waren nicht lieferbar. Man musste damals Termine vereinbaren. Kann ich dich auch daran erinnern? Ja, das ist noch nicht lange her. Also bei uns ist es tatsächlich auch so, also wenn du was Bestimmtes möchtest, das sind teilweise die Lieferzeiten echt immer noch ziemlich lange. Aber gerade zum Saisonende, wenn man so halt so, ja, wenn die Modelle des Jahres so ein bisschen am Auslaufen sind, da kann man schon immer mal jeder einen Schnapper machen. Das stimmt schon. Geht aber hin, wüscht das Ganze immer direkt auf oder wenn irgendwas ausläuft? Bitte? Die Auslaufmodelle meine ich. Ja, ja, genau. Auch ein Scherz. Das ist hier auch ein Auslaufmodell? Nee, absolut nicht. Das ist das ED-Modell, das Einstiegs-Senduro von Stevens. Richtiger Kassenschlager, oft verkauft mit dem alten System, auch schon oft verkauft mit dem neuen System. Unter fünf? Nee, unter fünf sind wir nicht. Also da sind wir so eher bei fünfeinhalb unterwegs. Richtig gutes Rad, extrem gute Federelemente. Das da oben, das habt ihr auch schon länger, oder? Ja, das läuft ja schon zum dritten Mal durch. Was hier halt interessant ist, dass nach... Was ist Durchläufer? Was heißt denn das? Die Hersteller haben halt gesagt, was soll das eigentlich jedes Jahr, ein neues Modell rauszubringen, neue Farbe, neue Ausstattung, wenn sich eh nicht so viel getan hat. Und die Zyklen haben sie halt jetzt ein bisschen länger gezogen, weil manche Räder sind ja nach einem Jahr noch immer gut. Das ist ja nicht wie beim Smartphone. Also es ist eigentlich eher jetzt mehr wie beim Auto, dass es auch mal zwei, drei Jahre läuft. Weil die haben ja auch so ein Golf, läuft ja auch nicht nur ein Jahr. Also das sieht man hier, glaube ich, ganz gut. Wir können ja mal schauen, bitte. Das sind super Räder, die haben wir momentan im Test, die Patrons 900, ganz cool. So, und jetzt gehen wir mal weiter. Das sind tolle Einschießmodelle. Das hier haben wir heute gefilmt, glaube ich, oder? Nee, das haben wir am letzten Drehtag gefilmt, also Anfang September. Also Ramin haben wir heute gar nicht gemacht, aber wir hatten heute so ein holzfarbenes. Das steht ja doch, das Freeride. Das ist übrigens ein Hammer-Fahrrad. 7.990 Euro, Carbon-Rahmen. Das Ding ist absolut von der Ausstattung her, haben wir ein eigenes Video zugedreht. Und unglaublich tolles Preis leisten soll. Krasse Ausstattung auch, weil, guckt es euch mal an, das ist alles vom Besten dran. Also selbst der Lenker ist Carbon, oder? Ja, Race Face, nur Markensachen. Also überall ist das Rad, bis auf jetzt hier die Pedale, ist das komplett Maximum durchgespackt. Maximum durchgespackt, ja. Ja, durchkonfiguriert. Durchkonfiguriert, also das ist es. Und die Besonderheit hier war, glaube ich, diese Holzoptik auf dem Carbon. Also wer es denn braucht? Ich finde es cool. Gibt es ein eigenes Video zu, könnt ihr euch angucken. Ist ja Geschmackssache. Cool ist, glaube ich, hier das da. Hat auch 160 Millimeter Federweg, dicke Gabel. Und das haben wir momentan für fast 500 Euro weniger. Also das ist von 5, 3 auf 4, 8. Also alle Ramin-Modelle werden bei uns momentan günstig angeboten. Zum Beispiel auch hier dieses Airray. Schätzen wir, wie schwer das ist? Gut, jetzt habe ich es natürlich jetzt schon ein bisschen so... Also Airray klingt schon schwer, weil Luft ist ja schwer. Keine Ahnung, 18, 19? Nee, jetzt, also 19,5. Und das ist aber bei einem Preispunkt von, was kostet das, 5, 8, glaube ich. Das haben wir auch für 5, 2 oder 5, 3 momentan im Angebot. Was für ein Motor ist hier drin? Da ist der, ein gedrosselter Yamaha drin, aber der trotzdem sich recht kräftig anfühlt. Der hat 50 Newtonmeter, könnte aber viel mehr hardwaremäßig. Der ist extra gedrosselt, weil die Batterie ein bisschen kleiner ist und damit er die Reichweite genauso hat wie der... Aber es ist trotzdem Vollcarbon, 500er Akku, das ist schon recht viel. Weil wenn ich mal gucke bei dem TQ-Rad da vorne, das hat einen 360 Wattstunden Akku. Aber 500 Wattstunden waren ja früher schon der große Akku. Richtig, genau das ist es. Und das ist schon ein ganz schön Haufen Holz. Wenn jetzt die Leute sagen, komm da hinten, das wiegt zwar nur 16,5 Kilo, das Lumen von Scott, aber die sagen, komm 10.000 oder 7.000 ist mir zu viel. Dann hier 5.000 Rayman, 500er Akku, sogar größer ohne Ordnung. Und das kriege ich jetzt für 4, 8, oder? Nee, 5, 2, 3... Du hast ja gesagt, 500 Euro billiger. Ja, 5, 3... Was habe ich denn gesagt? Ja, 5, 2... Kostet also... Ja, stimmt, 5, 2... Also jetzt, okay. Ja, ich wollte noch ein bisschen rumhandeln mit dir, dass wir das sehen. SLX, was ist das für eine Schaltgruppe? Das ist eins kurz vor der XT. Das ist eine ziemlich hochwertige Schaltung, ist ziemlich selten unterwegs. Ist sie kompatibel mit der DO? Müsste kompatibel sein, ja. Und ist halt auch 12-Gang. Du hast eine ordentliche Gabeltruppe mit 150. Das ist ein Trailbike, wo halt wirklich ist, das muss man auch mal gefahren haben. Super leicht. Und der Rahmen, guck dir mal den mal an. Das ist ein komplett neu entwickelter Rahmen von Rayman. Da gehen die Züge vorne rein, so... Wie im Bahnhof hier in Kaislautern. Die Züge gehen da rein. Ja, genau. Das sind innenliegende Züge im Rahmen. Also das hast du schon mit drin. Was ist das hier oben, Pahans, günstig? Das hat sogar witzigerweise letztens einen Kunden aus dem Saarland nochmal von uns geholt. Ja, das ist das, wie heißt es nochmal, 140er Trailway 10.0. Also in der Hierarchie das zweithöchste bei den 140mm All-Mountain-Rädern. Ist auch ziemlich gut durch mit Ausgleichsbehälter, dicker Gabel, 12-Gang GX. Preis, was kostet das? Das kostet auch normalerweise 5,8. Das haben wir auch um 500, 600 Euro günstiger. Gut, also dann bin ich bei knapp über 5 dann. Das ist für die Ausstattung schon richtig stark. Das haben wir heute gefilmt. Das ist eine Neuerscheinung, die es vorher noch nie gab. Best-3-System mit 545 sind wir da. Best-3 ist ja der Rahmenakku ein bisschen größer geworden. Wir haben den CX-Modor drin. Wir haben grobstollige Reifen und eine Federgabel. Und das beim Kompaktrad, also das Easy-Adventure, S10-Adventure. Ganz neu reingekommen. Gerade erst auch auf den Markt gekommen. Die Ohreschaltung drauf, ja. Genau, 10-Gang-Deore-Schaltung. Also ein Off-Road-Easy-Modell. Absolutes Highlight. Aber nicht voll gefedert. Voll gefedert ist es noch nicht. Aber wenn du das dann haben möchtest, würden wir halt noch eine Federsattelschlüssel reinbauen. Ja, schade, dass Easy keine Carbon-Rahmen baut. Kommt vielleicht noch, ne? Kommt vielleicht noch. Wollen wir dann sehen. Ja, wir haben bei euch einen Helm gekauft vor kurzem. Ihr habt tolle Helmangebote. Sogar diese preiswerten Pock-Helme. Ja gut, also ja, ich weiß, Pock ist halt eine schwedische Firma, die ist halt schon hochpreisig. Ist halt so wie bei Riese Müller. Das sind halt schon absolute High-End-Helme. Habe ich gesehen, in Kanada, da hat das jeder gefahren. Ja, die Canadians fahren das ganz gern, weil das halt so Top-Notch-Helme sind. Die haben halt alles, was geht. Guck mal hier zum Beispiel. Du hast Aramid-Brücken in dem Helm, ja? Hier unten, was können die? Das heißt, du hast quasi wie die schusssicheren Westen oder schnittsicheren Westen den Textilstoff drin. Also falls einer auf mich schießt. Wenn du dann halt selbst bei sehr, sehr spitzen Steinen richtig schwer fällst, bleibt er trotzdem dann noch in Form, einfach weil diese Aramid-Brücken an allen Bruchstellen verklebt sind und dann bleibt er halt immer noch schnitt. Es geht darum, dass der Helm nicht kaputt geht, wenn du auf Steine fällst. Und das ist leider schon passiert. Und das ist bei den Anwendungen, dieser Helm, der kostet wahrscheinlich mehr wie 100 Euro, ne? Ja, der kostet in der Variante tatsächlich 260 Euro. Der hat aber auch alles, was er haben kann. Ist die Variante mit der Signalfarbe, mit dem RECO-Chip, mit dem NFC-ID. War was für ein Chip? Wenn du in den Bergen abstürzt, wirst du mit dem Chip, der hier drin ist, noch gefunden. Ist tatsächlich für die gedacht, die extrem unterwegs sind. Echt? Der ist passiv aktiv, der Chip? Passiv. Passiv. Das heißt, die können den mit einem Lesegerät orten? Genau. Echt? Ja. Das wird auch von den Bergwachen benutzt. Die Bergsteiger, die Wanderer benutzen auch diesen RECO-Chip. Mit dieser Signalfarbe, das ist auch interessant. Da wirst du im Wald erkennen, wo jetzt jemand ist, weil das ist relativ schwierig bei den dunklen Tönen. Ist eben sehr vorteilhaft in der Jagdsaison, wenn die Leute die sehen. Was ich auch vorher nicht wusste, bevor wir die POC-Schulung hatten. Also der Außendienst bei uns hat sich sogar auf den Helm draufgestellt. Das ist auch so ähnliches Gewicht wie du. Mach mal. Nee, der kostet rein. Machen wir jetzt nicht. Sag mal, wenn der jetzt runterfällt, muss ich den direkt wegschmeißen eigentlich? Nee. Auf gar keinen Fall. Echt nicht. Ich habe gehört, wenn die runterfallen, soll man die ersetzen. Also wenn du dir so einen 30 Euro Baumarkthelm kaufst, dann kannst du sogar ersetzen, bevor du runterfällst. Überhaupt kein Problem. Aber halten sollen die auch, habe ich gehört. Also die tun auch, was sie sollen. Das ist halt die Reichmacher. Wenn du schwitzt und die Sonnenstrahlung, dann wird der ganze Helm viel schneller hart. Also man soll die Helme auch nach vier, fünf Jahren auswechseln. Ob man was unbedingt machen muss, ist natürlich schon gesagt. Tobi, hol mal kurz. Da finde ich noch diesen NFC-Chip erwähnenswert. Weil wenn Leute Diabetes haben oder irgendwie wegen der Blutgruppe, wird das hier... Also die Rettungsdienste, da geht es immer darum, ich verunfalle, es passiert irgendwas, die finden mich. Die lieben diesen Helm. Dann gehen die ran mit ihrem Lesegerät und dann habe ich es nicht programmiert. Ja, das musst du natürlich schon programmieren, sonst ist die Investition nur die Hälfte wert. Das ist, wie gesagt, wirklich die absolute Top-Ausführung, die wirklich für die gedacht ist, die extrem fahren, nochmal alleine fahren und die dann hier ihre Daten halt hinterlegen wollen auf dem Chip. Da ist direkt die Rückrufnummer von der Oma drin. Ihr Sohn hat es nicht geschafft. Gut, verstanden. Ne, ist ja nicht witzig, denn ich sage mal, so ein guter Helm, der amortisiert sich sehr schnell, denn das ist eine Sicherheit, gerade für den Kopf, unbezahlbar. Gibt es den auch als Fullface-Helm? Die haben auch Fullface-Helme, haben wir jetzt tatsächlich von POG nicht hier. Wir haben, genau, von Abus den Airtrop haben wir hier. Die bauen den aber gar nicht selber, Abus, oder doch? Die bauen ihre Moles alle selber. Mittlerweile haben sie sogar eine Serie, die in Italien gefertigt wird. Ich habe zuletzt einen Helm bei euch gekauft, das war, glaube ich, da stand etwas anderes drauf, aber der Helm war wirklich von, wem war der? Von Bell. Von Bell. Ich habe einen Bell-Helm gekauft. Was ich auch cool finde, ich habe das Modell hier eins drüber, das ist ja der Aventador, und ich habe den Airbreaker, das ist ein furchtbar teurer Helm von 250 Euro, aber der ist unheimlich leicht. Und der hier, für, glaube ich, 139 oder so 140, ist fast genau, also der ist 30 Gramm zwar schwerer, wird jetzt nicht jeder merken, aber das macht unheimlich viel aus, weil der saugut belüftet ist. Und seit ich halt gravel, habe ich halt extra so ein Rennrad. Ich glaube, das Belüften, wenn du schwitzt bei 38 Grad. Das macht so viel aus. Und vor allen Dingen, ich hätte es niemals gedacht, weil ich bin nur diese POG-Helme und Scott-Helme gewöhnt, die 350 Gramm liegen so ein bisschen hier. Ich dachte gerade, Abus, das ziehst du doch nicht an. Das ziehst du an, wenn du irgendwie drei Jahre alt bist. Ja gut, Abus hat tatsächlich doch eine ziemlich hohe Kompetenz, was Helme angeht, weil die fahren ja auch bei der Tour de France die ganzen Teams mit denen. Und das Coole ist halt, wenn du mal so ein Mountainbike-Helm gewöhnt bist mit 350, 400 Gramm und dann so ein 200 Gramm-Helm anziehst, du denkst, du hast nichts auf. Also das muss man einfach mal... Der hat ja 200 Gramm, warte mal, ich hebe den mal hoch. Der will dir gar nichts. Das ist nichts. Hier, den kannst du. Wenn du mir loslassen würdest, der würde fliegen. Der ist halt wirklich sauleicht. Irgendwo steht es auch drin. Aber ich finde es halt heftig, weil... Also ich habe ja von diesem einen blauen Discounter, habe ich so Helme gekauft, weil wir so viele brauchen. Also wir haben immer so, weißt du, wenn da irgendwie Besucher kommen und so und die haben zum Beispiel eine schlechtere Belüftung, das ist mir aufgefallen. Die funktionieren auch, muss ich auch sagen. Aber was krass, das Gewicht. Also gerade eben das Ding hochgehoben, das wiegt überhaupt nichts. Also meiner habe ich jetzt mal gerade doch gesehen, was er wiegt. Er wiegt doch 300, meiner wiegt 250, aber im Vergleich zu so 400 Gramm macht das doch schon einiges aus, ja. Ja, 100 Gramm. Ja, oder 150, die Hälfte fast, wenn du 500 Gramm im Helm hast. Schuhe, das heißt also, wozu brauche ich denn Fahrradschuhe? Das ist eigentlich unheimlich wichtig, auch wenn das Thema von sehr vielen vernachlässigt wird. Wenn du mit deinen ganz normalen Sport-Tourenschuhen auf den Pedalen stehst, am besten noch auf so richtigen Bärentatzen, da wirst du dir ganz schnell die Sohle kaputt machen und hast auch nie so richtigen Stand. Das sind jetzt zum Beispiel ganz konsumische Schuhe mit einer festen Sohle, einfach, dass du gut auf dem Pedal stehst, satt auf dem Pedal stehst und sich da eben nichts verformt und nichts kaputt geht. Bekommt man für 120 Euro, kann man auf der Straße wunderbar laufen. Natürlich auch die Rennrad-Varianten, Gravel-Varianten haben wir mittlerweile auch da. Also SPD-Aufnahme für, ja, die Mountainbike-Aufnahme eigentlich. CDU auch? CDU-Aufnahme, wenn du möchtest, mache ich dir auch noch eine dran, jawohl. Ich hätte gerne die Grünen. Nee, 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 hätte ich nicht. Das gibt jetzt da auch, ja. Also diese SPD-Aufnahme ist jetzt Zufall, dass es SPD heißt, aber das ist so der Standort. Hier bei den Kliggis, oder? Ja, also es gibt noch von Crank-Process, also wie meine Schuhe halt sind. Also die Crank-Process, die haben, oder hier er die Schuhe, oder hier der Tobi die Schuhe, Danielseil-Schuhe. Nee, also Crank-Process, die haben auch so ein System. Aber das etablierteste System ist tatsächlich das Shimano SPD-System. Dann gibt es noch von Look welche, das wird aber eher im Rennrad-Bereich geholt. Hier Look, die Marke, ne? Look. Ich glaube, ein Händler im Saarland hat die Marke. Die haben ja, glaube ich, früher Zubehörteile gehabt und so. Also Look, das sind so Rennrad-Pedale, wo man halt auch sich reinklickt. Und das sind, aber wie gesagt, das SPD-System ist so das Gläufigste. Da komm, wir gehen mal weiter. Das machen wir mal. Also ihr habt jede Menge Zubehör. Unter anderem den eingebauten Rückspiegel. Da haben wir übrigens ein eigenes Video gemacht. Lief nicht so gut, das Video. Ich glaube, hat aber noch 10.000 Aufrufe bekommen. Da ist tatsächlich ein kleiner Spiegel hier eingebaut in der Sonnenbrille. Ja, genau. Das ist die Tree-Eye-Sonnenbrille. Ist tatsächlich ziemlich gern genommen, weil es halt super praktisch ist. Brauchst nicht den Spiegel im Lenker drin zu haben, sondern hast du gleich in der Brille. Aber funktioniert. Also man muss wirklich sagen, wenn der Papa mal gucken will, was macht der Sohn, kann er mit der Brille ganz gut machen. Du wolltest mir irgendwas zeigen. Das hier ist eine Luftpumpe für, ne, was ist das hier? Ne, nix. Ach so, dass da ist jetzt, wenn man Tubeless-Umbau macht, dass man so das Vakuum reinschießt. Ach so, okay. Was wir jetzt auch haben, ist halt, dass wir Leihräder halt machen, weil das stark gefragt war. Wie Leihräder? Also Testräder, Leihräder, Leute, die das jetzt so... Echt 39 Euro. Das heißt, ich kann mir das ein Wochenende mieten, zahle ich 100 Euro. Könnte ich das verhandeln, drei Tage, 100 Euro? Ja, genau. Und dann ist es so, wenn die Leute das Rad bei uns auch kaufen, dann können sie das verrechnet bekommen. Es gibt halt viele Leute, die sagen, für mich sind 3.000, 4.000 Euro ziemlich viel Geld. Ich weiß gar nicht, ob ein E-Bike was für mich ist. Und mir reicht die Probefahrt hier hoch und runter nicht aus. Das gibt es ja welche, obwohl wir hier schon eine schöne, leichte Steigung haben und es auch verkehrsberuhigt ist. Die wollen ihre Ruhe haben und wollen ihre Hometrail fahren oder Strecke. Dann können die sich so eins aussuchen. Bergermond oder hier so ein Riesemüller habt ihr auch? Ja, also wir bauen das gerade auf diese Staffel. Zum Beispiel hier so ein Riesemüller-Tinker. Die Idee ist daher gekommen für unsere Kunden eigentlich ursprünglich. Was kostet das gerade neu? Das kostet 4... Ach, das stimmt. Das ist 4, 7. 4, 7, aber dann sind noch 20 Euro am Tag. Ist doch super. Das ist aber für jetzt unsere Werkstattkunden jetzt. Das kostet dann... Dann sage ich, ich will dir die Dings repariert haben, die Klingel und dann kriege ich so 20 Euro. Ja, da können wir... Genau, so machen wir das. Das Rad ist jetzt auch ein Ausläufer. Das haben wir jetzt auch für 3,99 im Angebot momentan. Ja, Fitting ist natürlich auch ein großes Thema für Leute, die Schmerzen haben im Rücken. Was für ein Ding? Body Fitting. Body Fitting. Ja, also... Was ist das? Das kann der Tobi am besten erklären. Tobi. Genau, also grundsätzlich bieten wir jedem von unseren Kunden an, dass wir ihn einmal ausmessen. Ist halt super wichtig, gerade wenn du so zwischen zwei Rahmengrößen bist, dass es halt wirklich zu dir passt. Jeder hat unterschiedlich lange Arme, unterschiedlich lange Beine, also nur die Körpergröße allein. Können wir mal den Kollegen da rauf machen? Geht das oder geht das gerade nicht? Das könnten wir jetzt schon machen, aber ich glaube, da würden wir im Video jetzt noch eine Viertelstunde drauf verwenden müssen. Aber nee, im Prinzip einfach mal draufsetzen und da kann man ja mal zeigen, daneben ist so ein kleiner Laser und der macht eigentlich die Messpunkte rein, oder? Genau, also wir gehen dann halt eben hin, gucken halt nach der Beinlänge, also wir haben dann Messpunkte Knie, Schritthöhe. Ach, da ist so ein kleiner Laser drin und das wird automatisch übertragen in den Rechner? Genau, das wird automatisch in den Rechner übertragen. Das ist eine Datenbank, wo alle Fahrräder drin sind, also wirklich alle Modelle. Und da kriegst du halt auch immer das perfekte Rad. Ach, der sagt dir genau, welche Größe du brauchst, also von dem Fahrrad. Welcher Hersteller, welche Größe, welches Modell. Und für die Datenbank, das sind, wie viele waren es nochmal gewesen, wie viele vermessene Leute schon insgesamt? Ich glaube, sau viele waren es. Im Jahr kommen da mehrere Hunderttausende immer dazu. Also es ist tatsächlich eine Riesendatenbank. Habt ihr so viele Kunden? Ja, es ist halt deutschlandweit, wird es benutzt. Ach, das wird aggregiert, die werden anonymisiert, die Daten und dann könnt ihr doch. Wenn du auf die Datenbank zugreifen kannst, das war ursprünglich, glaube ich, aus einer Dissertationsarbeit von Jan Ulrich. Ja, der Gründer von der Firma hat mit Jan Ulrich damals zusammengearbeitet und so ist das Ganze dann irgendwann mal entstanden. Jetzt steht es auch im Fahrradhandel. Vielleicht hat der Jan Ulrich ja nur unterschrieben für seinen Namen. Ja, garantiert nicht. Der war da richtig lange involviert. So, Stevens haben wir schon berichtet, dass hier viele Tiefeinsteiger, die wir haben. Was ist denn das KTM da, dieses schöne Orangefarben? Das ist mir direkt ins Auge gesprungen. Das ist das Caporo 7973. Komm mal raus, bitte. Der kennt ja jeden Namen hier in dem Laden. Gut, ist euer Job. Ist unser Job und tatsächlich bei KTM, da macht es auch Spaß, die Namen zu kennen. KTM, echt preisleistungstechnisch immer super. Also hier 160 Millimeter Federweg. Und ja. Ihr seid seit über 30 Jahren KTM-Händler? Das jetzt nicht. Seit einem Jahr. Seit einem Jahr und wir sind richtig froh, dass es dazu gekommen ist. Ja. Das ist ein toller Räderpreis. Was kostet der Hobel? Das kostet 5,299 Euro. Also 5.299 Euro. Genau. Mit großem 750er Akku, den ich leicht entnehmen kann. Viel Federweg. Und haben wir auch schon ein paar Mal verkauft. Also das ist echt beliebt für manche Leute, die halt einfach sagen, die mittlere Ausstattung kaufen. Im Moment übrigens eine gute Zeit, einen Fahrer zu kaufen, denn es ist kalt. Und es ist nicht so wie die letzten drei Jahre, dass die Leute euch jetzt hier Schlange und die Bude einrennen, sondern wir sind wieder im Wintermodus. Und du kriegst hier jederzeit eine schöne Beratung, kannst reinkommen, wenn du willst. Das ist so. Und ihr habt viele Angebote. Man kann mit euch reden. So kann man es auch sagen, oder? Ja, ich glaube, das trifft es zum Saisonende. Kannst du mit dem Fahrradhändler immer gut reden. Da ist natürlich saisonbedingt immer ein bisschen Ruhe eingekehrt. Wir sehen es auch. Also wir haben ganz normal geöffnet. Ich glaube, wir haben jetzt momentan zwei Kunden im Laden. Ja, da kannst du dir in Ruhe alles anschauen. Sehr schön. Also das ist heute ist übrigens Donnerstag. Also das Velo de Ville haben wir schon ein bisschen gedreht. Auch KTM hat Tiefeinsteiger in Champagner. Das ist so ein Silberton, Silberperlmutt. Ja, die nennen es Champagner. Das ist irgendwie so ein Hell. Ach, das ist schwierig immer bei den Farben. Da geht immer viel rein. Aber es ist auch ein sehr beliebtes Rad, weil wir halt unter 4.000 sind oder gerade auf die 4.000. Riesen Akku. Und vor allen Dingen, worauf es die Leute halt ankommt, kleine Unterstützung hier, dass es nachgibt. Und hier vor allen Dingen der Vorbau, dass der hoch ist. Auch wieder ein CX hier drin? Genau, CX. Und die bewährte, mega krasse KTM-Qualität, wo Leute super zufrieden sind und sagen, ey, das Ding fahre ich schon seit sechs, sieben Jahren. Ich bräuchte eigentlich mal ein Nachfolgemodell, aber es läuft halt noch. Velo de Vil habt ihr im Programm, schönen Tiefeinsteiger in verschiedenen Farben. Die Besonderheit bei Velo de Vil ist wirklich diese Farbe hier, Tobi. Das ist eine Farbe, die kannst du nicht reproduzieren. Genau, Eco Grey wird immer aus den Farbresten des Vortages sozusagen zusammengemischt. Also die pulvern und lackieren ja noch selbst in Altenberge. Und du hast halt jeden Tag andere Farbreste, dementsprechend jeden Tag auch ein anderes Eco Grey. Ziemlich coole Idee ist immer seidenmatt. Also normalerweise kriegst du ja alles glänzend und matt. Bei der Farbe ist es automatisch immer seidenmatt, weil es eben eine Mischung aus beiden ist. Achso, da ist glänzend und matt und das wird dann seidenmatt. Okay, verstanden. Das hier sind, das ist eine beliebte Farbe bei Velo de Vil, weil die haben ja, ich glaube, 7000 Farben. Ja, 7.220. Naja, also die haben wirklich eine große Farbauswahl und dann jeweils immer matt und glänzend. Das ist jetzt ice blue, glänzend, ganz klassisch. KTM hier vorne steht noch ein schönes, also Tiefeinsteiger, Tourenräder, da sind wir jetzt gerade hier da. Die gibt es dann noch vollgefedert, nicht vollgefedert mit Carbonriemen, ohne Carbonriemen. Also hier kann man immer ein Schnäppchen machen und ihr könnt mit dem Fahrradhändler reden. Das ist also nicht nur, dass ihr mit euch reden könnt. Ihr könnt am Schluss die Frage stellen, was ist denn da noch drin, was können wir denn da machen? Und dann kommt bei euch die Frage, ja, wird es denn bar bezahlt oder wird es geleased? Was heißt das denn? Genau, also Leasing immer beliebter, macht mittlerweile auch einen Großteil tatsächlich von unserem Geschäft aus. Immer mehr Arbeitgeber sind eben auf den Trichter gekommen, dass sie ein bisschen mehr Benefits geben müssen, als nur eben ein höheres Gehalt. Und Leasing ist da eine super Geschichte, weil eben die Leasingrate immer vom Brutto abgeht. Und da kann man eben richtig was sparen. Also je nach Steuerklasse sind es gerne 30 Prozent, auch mal ein bisschen mehr. Und ja, Leasing ist natürlich immer wichtiger, aber da gehen auch ein paar Gebühren ab. Das heißt, bei Leasing sind wir nicht ganz so elastisch beim Preis wie heute. Aber der Kunde spart ja viel. Das heißt also, die Ersparnis hat er trotzdem beim Barpreis. Wenn ich hier mit dem großen Sparschwein anrücke, dann kann ich euch so richtig runterhandeln. Ja, das ist so jetzt im Herbst. Aber nee, Spaß beiseite. Ruhig mal fragen, was ist denn da noch drin? Denn ich sage mal, neue Modelle kommen, laufend. Und bei euch beginnt die Saison praktisch mit dem ersten schönen Tag im Jahr? Also bei uns ist es tatsächlich so, im Januar ging es volle Möhre nochmal weiter. Also das hätten wir auch nicht gedacht. Das war aber jetzt die letzte Zeit auch schon so. Und da sind die guten Vorsätze und die Leute wollen nochmal loslegen. Und die wissen halt auch, jetzt sind die neuen Modelle gekommen über den Herbst, Winter. Und jetzt kann man nochmal, hat man eine gute Auswahl. Also ab April, Mai wird es ja dann schon wieder knapp, dass dann in allen Größen, in allen Farben, in allen Preislagen da sind. So, Stevens wieder hier drin. Ihr habt viele Stevens, aber ihr habt auch Morrison. Was ist ein Morrison? Ja, das ist Falter Morrison. Aus der Schweiz oder nicht? Nee, die sind eine Verbandsmarke, also von einem der größten Verbänden, die es so gibt. Der Baiko, ist das die Hausmarke, die aber aus namenhaften Herstellern halt assembliert und gebaut werden. Ach, das ist wie die Farbe, die wird am Vortag zusammen gemischt. Nee, das ist im Prinzip ein anderer Namen drauf, aber die Marke kennt man schon. Also das kommt aus Deutschland. Und ja, jetzt wird die Marke Morrison umgebrandet zu X-Go. Aber bis auf das, das ist im Prinzip das gleiche. Also das ist so ein Verband, Baiko hast du eben gesagt. Das heißt, ihr seid in so einem Verband drin, Einkaufsverband. Genau. Die Händerkollegen sind ja auch da drin. Die vertreten euch dann. Aus Hessen, genau. Und das ist halt, man hat eine bessere Möglichkeit, an günstigere Teile dran zu kommen. Und man hat eine große Gruppe an Fahrradhändlern, wo man sich austauscht und eine größere Marktmacht quasi dann ausspielen kann. So, das ist eine coole Farbe. Genau, das ist auch ein Angebotsrad bei uns momentan. Das kostet normalerweise dreieinhalb. Das haben wir jetzt für zweieinhalb da. Haben wir ein bisschen noch gepimpt. Jetzt werden viele sagen, ja, das ist das alte Ride 50 Modell. Von Velo de Vil. Ja, also Fazua ist es halt drin, mit dem kleinen 252 Wattstunden Akku, aber reicht trotzdem noch gut 30, 40 Kilometer für die meisten aus. Ist halt ein Startrad für leichte Feldwege. Was wiegt das Rad? Ganz wenig? Nur 17 Kilo. 17 Kilo, als E-Bike. Als Nicht-Carbon-Version, als E-Bike. Und ich kann hier auch noch den Motor und den Akku entnehmen. Und das geht bei dem neuen Ride 60 Modell ja bei Fazua. Nehme, da kann ich nur noch den Akku rausnehmen. Also, dann kann ich dem Motor und Akku rausnehmen und dann ist es noch leichter. Und dann kann ich das Rad mit 13 Kilo fahren und habe ein normales Fahrrad. Ja, cool ist natürlich, ich kann es mit 13 Kilo einladen. Das heißt, ich nehme vorher Akku, Motor rein, wegen dem Rücken und dann 13 Kilo ist ja echt gar nichts. Oder? Das ist ein ganz normales Fahrrad einfach. Mit dem E-Bike ist nicht mehr viel zu tun. So, ist hier noch was drin, hier in dem Raum? Ja. Das Easy Studio, ich zeige es mal. Das ist, ist es nur Easy mittlerweile? Oder ihr hattet ja vorher noch andere Kompakträder. Genau, mittlerweile sind wir nur noch bei Easy bei den Kompakträdern, zumindest zeitweise. Dafür haben wir auch das komplette Portfolio hier im Räumchen dann schon stehen. Ja, wir sind halt dann auch dementsprechend auch vom Portfolio jetzt Easy-Experte. Das heißt, das ist ein ähnlicher Status wie bei Riese Müller mit diesem Erlebniswelt. Und wir haben halt alle Modelle, alle Farben. Das heißt, du hast besonders viele Fahrräder vorgeordert auch, oder? Richtig, genau. Ich kriege in allen Ausführungen, mit allen Gepäckträgern, mit allen... Mit Zuhör und so. Und dementsprechend sind wir, glaube ich, im Südwesten mittlerweile einer der größten Easy-Händler, kann man so sagen. Weil wir auch alles da haben an Rohloff, Performance Line, Kette, Adventure, Riemen, irgendwie YOLO, kleine Modelle, XL-Modelle, mit Retro-Look, ohne Retro-Look. Und da haben wir sogar, da vorne haben wir eins selbst gepimpt. Was ist Retro-Look? Hast du ein Retro-Look hier? Genau, also das Gelre ist ja... So sieht es normal aus. Warte, ich zeige es mal. Sunny Yellow. Ah, okay. Das heißt, ihr habt Farben verwendet, die es früher mal gab. Genau, hat easy gemacht. Genau, das ist ein Sagenbett ja auch gepulvert worden. Das Grüne auch, so ein Retro-Look. Das ist nass lackiert. Nass lackiert. Das ist glänzend. Das ist jetzt ein Mattlack. Und das Interessante ist halt daran, dass der Rahmen... Also der Lack sieht ja super empfindlich aus, weil es so hell ist. Es ist aber nicht so, weil durch das Gepulverte ist der ultra strapazierfähig. Und dort hast du ja gesehen, wie es normal aussieht. Und das haben wir selbst ein bisschen gepimpt. Wie habt ihr es gepimpt? Wir haben hier diese Billy Bonkers Reifen benutzt von Schwalbe, die eigentlich sehr selten verwendet werden in so einem Retro-Skinwall. Die sind cool. Ja. Haben Korkgriffe geholt von der Firma Ergon, hochwertige Korkgriffe. Dann haben wir so eine Tasche aus Leder von Brooks Gold und diesen passenden Brooks Sattel. Also alles sehr hochwertig und... Also das Rad würde ich jetzt schon dreimal nicht in Berlin abstellen. Das ist auch nur so bei uns. Einmal haben wir das mal so gepimpt und wir haben den neuen Performance-Line-Motor mit 75 Nm in Violo-Schaltung. Und das ist halt mal sowas, was mal abseits von... 4,6 kostet es übrigens. Aber auch hier könnt ihr mit dem Händler reden. Reden könnt ihr immer. Aber das ist neu. Das war natürlich vor ein paar Jahren oder sagen wir mal vor zwei Jahren, als hier die Pandemie am Läufen war. Da habt ihr viel zu wenig Fahrräder gehabt und das waren alles so Zeiten, haben wir ja alle miterlebt. Das ist jetzt endgültig vorbei. Wir haben wieder einen normalen Stand, oder? Ja, es hat sich normalisiert. Wobei gerade so bei E-Fullis... Ist immer noch nicht, oder? Ist immer noch knapp, ja. Komm, wir gehen mal runter. Ja, große Werkstatt. Dann habt ihr hier noch so eine Pimp-Einheit. Ihr habt im Moment hunderte von Fahrrädern da. Das war hierbei jetzt mal so ein kleiner Ausschnitt, was ich geil finde. Sind ja wohl hier diese tollen Lenker, die in den Farben... Da kannst du tolle Akzente setzen, oder? Ja, also wir können auch für kleines Geld hier viel optisches Tuning machen. Betonung liegt auf optisch. Also technisch werden wir ja oft auch gefragt bei unserem YouTube-Kanal oder bei unserer E-Mail-Adresse oder bei Google. Könnt ihr mir meinen Motor auf 50 machen? Dürfen wir nicht machen. Auf 50 Nm statt 85? Ja, auf 50 kmh, das der dann unterstützt. Ach so, schneller machen. Das geht nicht, weil wenn ihr dann irgendwie einen Unfall macht, das kommt in Teufels Küche. Kannst du unter der Hand machen? Kannst du sagen, komm mal abends hier um sieben, dann ist keiner mehr da? Können wir nicht machen, machen wir auch nicht. Also wir haben hier... Muss der Kunde selber machen dann, wenn er es unbedingt haben will. Gar nicht, oder sich ein S-Pedelec holen? Ja, also wenn es der Kunde selber macht, dann ist er auch kein Werkstattkunde mehr von uns. Das muss man halt einfach wissen. Oh, bist du hart. Also das heißt, wenn du merkst, da ist ein Tuning-Kit drin, aber der Kunde wird dann sagen, ich fahre nur auf Privatglände. Ja, Reparatur müssen wir trotzdem ablehnen, können wir nicht machen. Gott, hier siehst du, also das sind alles so Pimping-Dinger. Also du glaubst gar nicht, was so ein bisschen Pimping, also so Akzente setzen. Ich habe meinem Sohn ja jetzt so neonfarbene Pedale drauf gemacht, auf einen, hier so ein Rayman, so ein Einstiegsrayman. Und das Fahrrad sieht aus, also ich würde es jetzt klauen. Also da gibt es schon viele Sachen, die man machen kann, die einen richtigen Unterschied machen, gerade wenn du so eine gedeckte Farbe hast. Und was ich jedem empfehlen kann, sind diese Ketten mit Titanenbeschichtung. Die halten ewig, sind super leicht, sind super stabil, also du kannst mit einem Hammer draufschlagen, da verbiegt sich nichts. Und die sind richtig teuer, aber es ist wahrscheinlich die vorher. Weißt du, wie viele Ketten ich schon zerstört habe? Ja, deshalb. Also ich fahre sie jetzt selbst. Vorher habe ich immer gedacht, boah, 120 Euro eine Fahrradkette ist ja völliger Schwachsinn. Ein steifes Glied kriegt man auch nicht da bei der Kette. Nee, absolut nicht. Also die bleibt immer in Form, die lenkt sich nicht, also faszinierend. Und was halt cool auch ist, du kannst das Rad, wenn du sagst, oh, ich habe mir das Rad jetzt vom Nachbarn geholt oder irgendwie im Laden gekauft vor einem Jahr, aber es ist irgendwie, ja, ist für meine Ansprüche nicht mehr ausreichend, weil ich hatte damals ein kleines Budget und wollte nur einsteigen, bin jetzt aber kein Einsteiger mehr, sondern so ein bisschen fortgeschritten. Können wir hier mit einer neuen Bremsanlage, mit einem neuen Dämpfer, wir können neue Gabel reinbauen, neue Schaltungen, also wir können das Rad schon technisch auch so pimpen, dass es ein hochwertigeres Rad ist. Und dementsprechend gehört natürlich auch das passende Werkzeug auch dazu, das bieten wir natürlich auch an. Und okay, kann ich denn bei euch eine Schulung buchen, wenn ich jetzt sage, ich will mal gerne eine Stunde mal, dass du mir mal zeigst, wenn ich unterwegs bin im Urlaub, wie man zum Beispiel Bremsbeläge wechselt, das habt ihr nie, oder? Oder gucken die Leute in YouTube-Videos? Tatsächlich haben wir da schon öfter mal Nachfragen bekommen, sind auch immer daran interessiert, da eine Rückmeldung zuzubekommen, ob das vielleicht interessant wäre, was wir natürlich machen, gerade bei so speziellen Geschichten wie eine Rohlaufschaltung oder so, dann eben zeigen, wie das funktioniert, da mal einen Schlauch zu wechseln oder so. Das ist nämlich anders, da ist ein Carbonriemen dran und der hat ja keine Öffnung, der hat keinen Link. Schön, also wir zeigen das mal hier. Der Sattel ist sehr sehenswert, was ist denn das hier für ein Ding? Da kannst du durchgucken, sieht so aus wie so ein Storchen. Das ist ein neuer Cravel-Sattel von Ergon, so Rennrad Cravel-Sattel, aber das Interessante ist ja hier, die Stütze, das ist eine Carbonstütze, die mitflext, also die hat schon so 20, 30 Millimeter, oder ja, bis zu 30 Millimeter. Drei Zentimeter bewegt die sich? Ja, und das merkt man. Krass, das heißt, die fehlt halt mit? Ja, und die wiegt gar nichts. Das heißt, die Leute, die sagen, komm, ich will bei meinen 8 Kilo bleiben oder 7 irgendwas, dann habt ihr damit, weil das da ist halt, klar, noch ein Preis von der Stütze? Ich glaube, wir sind bei 250 Euro. 250 Euro, für das bisschen Carbon? Genau. Okay. Du bezahlst die Technik. Gut, wenn es dann bricht, aber das ist ja so gebaut, dass es nicht bricht, oder? Genau, also ich habe sie schon getestet, es ist wirklich faszinierend, wie bequem das Teil ist. Die Leute, die sagen hier, ich habe ein Best-2-System, nicht verzagen, Konrad-Fragen, weil hier können wir eure Räder zu smart machen, also für 300 Euro Kiox oder Neon drauf. Neon ist ja noch immer das beste Display am Markt. Nochmal, ihr könnt aus dem Best-2 diese tollen Displays nachrüsten, oder? Genau, das ist dann im Prinzip ähnlich wie bei einem Best-3-Rad, wenn ich einen Kiox oder Neon drauf habe. Oder hier zum Beispiel, hier, Smartphone-Grip habe ich ja hier vorne. Die waren ja ganz lange nicht lieferbar, also das war ja, und jetzt geht's. Genau, letztlich lieferbar, obwohl man sagen muss, das hier ist ja auch ganz interessant, weil ich habe hier sogar noch ein Mini-Display drin, und wenn ich mein Handy da reinpinne, dann habe ich auch ein smartes Rad. Und hier sind wir bei dreieinhalbtausend Euro, wo gibt's denn das halt, wo ich meine... Da ist das Rad dabei. Genau, da ist halt... Gott, weil wir gerade über Umrüstung gesprochen haben, das hier ist das komplette Rad dabei. Ne, ich wollte das jetzt nur zeigen, weil hier... Uppala. Das lassen wir drin, so. Das geht aber nicht kaputt, das ist die Halterung, ne? Ne, das ist die Halterung, die... War nicht festgeschraubt. Genau, war nicht fest, also hier, siehst du, jetzt ist es wieder drin. Hier müssen halt noch zwei Schräubchen drin, und dann geht das Handy da rein und wird hier festgekrallt, ne? Sicher, jetzt geht's ab, weil hier diese Schräubchen noch... Verstanden. Und das ist halt cool, dann habe ich ein riesen Display, wo ich mich navigieren lassen kann. So. Komm, wir gehen mal zeigen, denn ich weiß, was ich gleich kriege. Da vorne steht nämlich ein Red Bull für mich. Hier, das Rad können wir auch noch günstig anbieten. Unser letztes, bestes und leichtestes Bio-Folie, was normal 13,5 kostet, gibt's jetzt bei uns 10.999, ne? Also 11.000. Was ist der Name von dem? Das ist das Spark Ultimate RC... Hast noch eins da. ...Nivo SL, in der absoluten Top-Ausstattung von Scott, ja, gibt's schon. Also, Winter-Schlussverkauf, weil... So, ihr habt drüben den Laden noch eigentlich? Ja, das sind Kinderräder und Lastenräder, ja. Kinderräder und Lastenräder, da gucken wir jetzt noch kurz rein. Eigentlich bin ich schon eine Viertelstunde überzogen, aber ich will mal nicht so sein. Komm, ist der Schlüssel dabei? Hast du dabei? Gott, hat er mit. Tobi, denn ihr habt so stark eingekauft, dass... ...so ein günstiges Folie haben will, was normal 4 kostet, auch für 3,5 von Raymond. Gut, also für 3,5, das bist du aber nicht ein Jahr lang gefahren, oder? Das ist neu, das sind nur zwei Räder. Gut, nur die beiden Räder, also die wir am Eingang gezeigt haben. Wir müssen halt ja auch testen, weil das verändert sich schon, es gibt viel Zeugs und so und viel neue Technik, die... Wenn du das nicht immer fährst, kannst du ja nicht jedes alle halb Jahr ein neues Rad, dann fährst du die halt. Da kannst du gut putzen, dann kannst du das neu verkaufen im Laden. Ja, nee, wir wollen ja jetzt eh auch eine Staffel halt loslegen, da wollen wir die Leute machen. Das sind auch diese solchen Räder. Das ist ja, wir haben ja eben schon gesagt, im Prinzip ist der Trend ja Gravel-Bike, aber der Trend ist eindeutig immer noch Wuhm. Und die haben irgendein neues Rad rausgebracht, das habe ich vor kurzem mal gedreht in Gießen, ich mich noch daran erinnern. Und irgendein neues Wuhm-Rad ist raus, als Bayern München-Farbe in Rot und irgendwas. Das ist das, meinst du wahrscheinlich? Welches denn? Das da, genau, richtig. Das ist aber nicht von Bayern München, sondern... Das ist so ein Faded, das ist so ein Colour-Modell, Sondermodell, was es jetzt für kurze Zeit gibt. Haben wir auch einiges geholt hier. Das nennt sich Cosmo Blur-Birbel, also Blau und Purple. Oder hier Atomic Neon. Haben wir wirklich sehr gut verkauft und verkaufen wir noch sehr gut. Wuhm muss man erklären, das sind also Kinderfahrräder, die ganz wenig wiegen, die Kinder können ganz toll damit fahren, aber die auch sehr teuer sind. Ja gut, es geht, also du kriegst halt ein sehr gutes Produkt, was enorm leicht ist, wertstabil ist, weil wenn du das mal bei Kleinanzeigen oder sonst wo reinstellst... Ach guck mal hier, das kleine Rad da, 529 Euro, das ist ja schon eine Menge Geld. Das stimmt, aber wenn du es weiter wieder anbietest, also zum Beispiel hier, ne? Achso, das hier habt ihr die mal aufgebaut, von klein bis groß, oder wie? Ja klar, das ist mal das komplette Sortiment bei uns. Das ist geil, ihr habt ja mehr als eins. Zum Beispiel auch hier bei den Naus, ne? Ich weiß nicht, wann du das Video hochbringst. Was ist Naus? Achso, das sind die. Und die sind ja auch hier 929 Euro, aber hier ist alles drin mit Narbe, Drehklingel, Schutzblech, hydraulische Scheibenbremse und alles. Und das gibt es jetzt bei uns auch in der Aktion für 499 Euro, das ist... Wie, statt 1000 Euro für 500? Kann man so sagen, fast die Hälfte. Also das sind aber nur noch wirklich die zwei und da hinten, diese linke Ecke. Okay. So, und das ist WUM, ihr verkauft WUM echt gut. Also das ist gut vorverkauft, das Produkt, ja? WUM ist tatsächlich das Kinderrad schlechthin und das jetzt schon seit Jahren. Wie der Lyser schon ausgeführt hat, das hat auch seine Gründe. Also von der Qualität her sind die richtig, richtig gut. Die sind leicht, die sind auch leicht zu erlernen. Also du brauchst auch gar keine Stützräder mehr. Die kleinen, die sitzen hier drauf, während die Erwachsenen noch am Diskutieren sind, ob das funktionieren kann. Ohne Stützräder sind die dann schon im Laden unterwegs. Heißt, Puki ist ja Stahl, glaube ich, oder? Puki hat mal mit Stahl angefangen. Mittlerweile hast du eigentlich nur noch Alu-Räder. Auch die gehen jetzt Richtung leichte Schiene. Aber WUM hat da einfach marketingtechnisch einfach ein bisschen die Nase vorn. Ja, ich habe letztes Mal, haben wir uns Lust drüber gemacht, die kommen aus Österreich, aber bauen ja mittlerweile in drei Emerging Markets, also die irgendwo auf der ganzen Welt. Und dann hatte derjenige, den ich interviewt habe, den vielleicht was Video sogar gesehen, hat dann gesagt, naja, geht gar nicht anders. Die bauen dann eine Million Fahrräder im Jahr mittlerweile oder so irgendwas, hunderttausend oder tausende, die da kommen. Und die können die gar nicht mehr in Österreich bauen. So viele Leute arbeiten da gar nicht, hat er gesagt. Ja, das kommt wohl hin. Also sie müssen wirklich die Rahmen in drei Ländern jetzt zusammenbauen lassen, einfach weil sie so viel Durchsatz haben. Ja, das kommt tatsächlich aus Asien und aus Osteuropa kommen die, beziehungsweise... Aber das spielt ja mittlerweile auch überhaupt keine Rolle mehr, denn das hängt ja davon ab, wie ist die Qualitätskontrolle, welche Materialien entfallen. Die sind wirklich sehr leicht. Wenn du mal gerade das kleine Gelbe hier hochhebst und mir mal zeigst, da ist so ein Skidplate drunter, hätte ich fast gesagt. Was ist das hier, was hier drunter montiert ist? Das neue 1 Plus. Es ist quasi ein bisschen größer wie das normale 1er und hat halt noch so ein kleines Mini-Skateboard-Trettchen da drauf. Das ist so ein Lauf-Lernrad, wo die... Achso, die können beides machen. Die können also sich draufstellen, können damit fahren und können aber auch ganz normal... Achso, das ist ein Lauf-Rad, oder? Genau. Cool. Und momentan ist es auch so, dass es... Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon sagen darf. Echt? Dann sag's doch. Ja gut, das gibt's... Kommt drauf an, wann du es hochlädst, aber es gibt neue Farben, ne? Ja. Wow, top secret. Und dann gibt's das Gelb und das Grün für 10% weniger. Oh, das ist ja stark. Also da komme ich ja direkt und kauf drei. Also die Farben habe ich jetzt nicht erfahren. Also allein die Tatsache, dass es neue Farben gibt, ist wahrscheinlich schon eine Todesstrafe. Die Farben, die sind... Du sagst jetzt ja, das ist ja keine Kleinigkeit, aber gut. Jedenfalls ist es ja so, wir haben hier auch... Ah, eine Reservie-Modelle haben wir ja auch noch hier diese... Was für Modelle? Die 10-Jahres-Modelle, diese roten. Die roten. Bitte mal hochheben und mir mal sagen, was das kostet, damit die Leute wenigstens was zum Kommentieren haben. Was kostet das Kinderfahrrad? 4.000... Nee. 459 Euro. Dafür ist aber noch eine kleine Standpumpe mit dabei. Hast es halt rot-metallig vorne mit so einer coolen Platte mit so einem Dino drauf. Ist halt absolut Limited Edition. Wir haben es ordentlich eingedeckt. Liebe Eltern, ihr kriegt dieses Fahrrad sehr gut wiederverkauft. Das ist ein Mega-Argument. Also ich habe ja einige aus Discountern gekauft. Die kannst du anschließend wirklich wegschmeißen. Also das ist... Die bleiben dann auch im Regen stehen. Das sollte man hier natürlich auch nicht machen. Aber das war dann so... Du kriegst da auch bei Ebay-Kleinerzeigen irgendwie nichts mehr für. Aber hier für so einen Woom, da kriegst du fast einen Neupreis. Ja, Neupreis minus eine Klingel und dann hast du ungefähr den Wiederverkaufswert. Ist die Klingel denn dabei beim Woom? Natürlich nicht. Das musst du ja alles dazu holen. Was kostet die Klingel? Ich meine, die kostet 99. Bitte was? 10 Euro. 99. Ach, 99. Ich habe ja dann 99 Euro. Dann hätte ich mich... Dann wäre ich hier aber schreiend rausgelaufen. Es gibt hier Helme. Zeig mal bitte. Denn die Helme, das sind hier Kids-Helmets, die da sind in blau. Die laufen auch wie Bolle, oder? Bei euch. Ja, so selbst die Kinder oder Eltern, die keinen Woom haben, kaufen sich ein Woom-Kindhelm, weil das extra super kleine Helme sind. Und selbst, also so XS, das ist so klein, 46. Weißt du deine Kopfgröße? Du dürfte dir passen, oder? Ne, ich habe irgendwas mit Mitte 50 oder so. Also das ist schon sauklein, 46 Zentimeter. Du hast mich letztes Mal mit dem Helm vermessen, als ich den Helm bei dir verkauft habe. Du hattest, glaube ich, einen Riesenkopf, ne? Ja, ich habe eine Rummel. So, komm, wir gehen mal. Also hier sind uns auch noch viele... Das sind Biobikes alles, ne? Genau, Jugendräder. Was sind das? So 26, 27,5 Zoller. Von 500 bis 1.000 Euro. Bergamund. Schön. So, hier sind wir. Wir sind bei Konrad. Der Fahrradladen dreht mal um. Großer Rundgang. 59 Minuten, eine Stunde lang. Aber es hat sich gelohnt. Das ist in Kaiserslautern. Natürlich seid ihr auch das größte Lastenradzentrum für Riese und Müller der Welt. Hier kaufen sogar die Chinesen bei euch ein. Nee, Spaß beiseite. Aber ihr habt alle Lastenräder da. Sogar hier die Hobel für 13.000 Euro, oder? Das haben wir ja gedreht, wo du es als... Was kostet das? ...Kontrad getauft hast. 9,5. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr das, was wir damals gedreht haben. Das Schwarze haben wir auf jeden Fall gedreht. Ja, wir haben so ein ähnliches gedreht. Das haben wir übrigens auch im Angebot für 7, 8 momentan. Und das kostet normal 9,3. Das ist halt dieses Fully mit allem Pipapo, wo du Doppelakku reinmachen kannst. Handschuhfach und so. Boah, das Reden. Ein paar Decken, drei Sitze dran sind. Gibt es im Video. Guckt euch das an. Das haben wir nicht gedreht, glaube ich. Ich weiß gar nicht, warum. Du, das drehen wir aber heute nicht mehr. Ich fahre jetzt gleich. So, ich mache jetzt Schluss. Also Lastenräder habt ihr da. Großer Rundgang heute. Ich muss nämlich nach Hause. 19. Oktober 2023. Ja, das letzte Wort aber jetzt. Bitte was? Ich wollte nur sagen, die Farbe heißt... Oder Peanut Butter. Peanut Butter. Da wollte ich ganz sagen. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. So, tschüss. Noch einmal das Logo gekommen. Jetzt haben wir so lange gelabert. Dann können wir auch zweimal das Logo zeigen. Konrad bei Greenbikes. Der Fachhändler ihres Vertrauens in der Glockenstraße 4 in Kaiserslautern. Das ist in Rheinland-Pfalz. Wer es nicht kennt, hier gibt es einen recht bekannten Basketballverein, den, glaube ich, jeder kennt in ganz Deutschland. Der, glaube ich, in der vierten Bundesliga spielt. Erster Platz waren sie. Und sind jetzt, glaube ich, zweiter oder dritter Platz. Die könnten aufsteigen in die erste Liga. Basketball. Im Fußball. Erster FCK. Wie Fußball? Habt ihr ja einen Fußballverein. Wenn du hier hochguckst, siehst du das Stadion. Die sind in der ersten Platz momentan in der zweiten Liga. Einen Rasen, Schotter oder Rasen, was habt ihr? Die haben alles, glaube ich, auf dem Fritz-Walter-Stadion. Okay, das heißt, die haben die Chance echt in die erste Liga? Ja, das ist krass. Krass. Also, wer hätte das gedacht, dass ich das jemals noch erlebe? Kaiserslautern in der Pfalz. Tschüss, erste Bundesliga. Mal gucken, ob es klappt. Ciao.